Tja, YouTube-Star. Ach Quatsch, TikTok-Star. Gut, auf YouTube hat sie auch einige Abonnenten, aber TikTok-Star ist sie Carina Kipp. Das, das, nein, das kippt nicht. Nein, 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 das kippt nicht. Ja, auf dem Bild hier sieht sie so aus, wenn sie ihr Arm, ihre Hand zum Meer streckt, so als würde sie sagen, wir sind alles Sandkörner. Ja, wir sind alles, wir Menschen sind so wie Sandkörner. Wir sind zwar unterschiedlich, aber wir sind wie der Sand im Meer, wo die Sonne rauf scheint, auf die Wellen. Wundervoll. Ja, Carina Kipp, ich habe sie schon neulich irgendwo gesehen auf TikTok. 6,3 Millionen Follower hat sie. Ja, Carina, da könntest du gerne ein paar von abgeben, würde ich mich sehr freuen, natürlich. Aber das macht sie nicht. Nein, das macht sie nicht. Weiß ich nicht, vielleicht macht sie es doch. Also Carina Kipp ist ein TikTok-Star. Sie wird da auch nicht weniger Follower kriegen, ganz im Gegenteil. Sie kommt jetzt ins Bildstudio und ist dort zu Gast. Ja, das ist eine große Karriere. Das ist großer Erfolg für Carina und bei ihr ist nie etwas gekippt, sondern die Karriere ging immer steil rauf. Sie hat einfach gemacht, glaube ich, und die Leute mögen sie. Ja, so ist das.